Tja, also so wie eure albernen feinen Reithosen und zickigen Friesen wurden aussehen, seid ihr wohl nicht von ihnen, oder? Ihr idiotischen Großstadtpflanzen glaubt wohl, ihr könnt hier einfach so reinplatzen und meine ganze Zeit verfleppern, was? Tja, zum Teufel damit schiebt ihr Hörnarsch hier raus, ich muss mich nämlich jetzt um ein paar Hähnchen kümmern. Vielen Dank.